so leute so servus youtube so leute jetzt geht's los wir kommen zurück zu let's play und raten raten wir machen weiter und suchen die kommando super zentrale der super da und du auch ich weiß dass deine schwester auch noch hier steht zack uaach k ja ja kaffee so ein scheiß Wie ist das Beste? Ich bin gut. kracht als die Stütz um ich bin mir nicht sicher nicht ganz was das passiert aber das sind die sogenannten Leser Strahlen des Vernichtungs Todes ok ich dachte es eigentlich da kommt ein etwas krasseres Rätsel nein wer stellt denn da immer so die Geschütze hin jetzt mal ganz in Angst was zum Geier was hat da jetzt bitte auf mich geschossen das Geschütze ist doch im Sack ganz toll ganz toll und Prozent nein das ist jetzt echt ärgerlich zack neidermiet zack neidermiet zack neidermiet so geschützt eins wäre schon mal Prozent ich schütze zwei mehr Outdown ja toll aber das hat jetzt so viel Energie braucht oh nein oh nein oh Gott das blöde ist ich kann da wahrscheinlich noch nicht mal einfach durchrennen weil die würden mich so über den Haufen brezeln ich bin dann boah eine normale granate macht nur macht kurz zack zack so und das kann nicht sein oder ok zack 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 ach ich krieg's grad nicht geschissen diese scheiß geschützter platz zu machen zack zack ich bin genauso schockiert wie du zack Jaaaa! Oh, shit. ich glaube ich habe eins erwischt so, diesmal mache ich gleich hier einen Speicherstein rein aha hier ist es weiter hinten ok, dann wäre das auch Geschichte so, scheiße, aber eins fehlt noch, ne ja halt, 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 halt mit Speichern nicht vergessen das war ein Tiss ja, genau genau oh, das war einfach so eine random Explosion ja ich sterbe mich jetzt einfach Stück für Stück voran was ist denn das hier Warnung ach das ist halt scheiße, wenn du nur noch wie viel habe ich ach was soll das werden rollhege oder was jawohl jawohl hm hm scheiße, ich glaube mit vier Schuss eins, zwei, drei, vier hier hier oh geil ja das ist halt jetzt scheiße, weil ich habe jetzt wirklich ich meine nein nein, ich habe keine Monisation mehr Moni Assyation ist Overloads keine Plane scheiße oh scheiße fail und ich weiß jetzt auch nicht ob ich könnte sterben wie sieht es bei dir aus Mann, ich muss, ach kacke, okay, ich probiere jetzt einfach mal ein paar Sachen aus ja ich weiß, dass du dich jetzt tierisch angasen es geht ja gar nicht kaputt aber da muss ich jetzt, da müssen wir jetzt, die Leute, ja ja ja, wir haben schon viel, viel behinderte ja, hm das ist nicht hier, weil wir haben schon viel behinderte Sachen dicht gemacht da wird das ein richtiger als Kinderspiel hier oh, warte mal, genau 12% ey wow, irre, hm hier war nix drin, ne ne aber ja, ne, hier war das genau zack jetzt haben wir wenigstens schon mal Granaten ist vor so 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 jetzt haben wir wenigstens T voll hm der haben wir so richtig nix benutzt eigentlich, ja äh jetzt bräuchten wir aber noch was eigentlich schon fast wichtiger wäre leben so geht die ah, jetzt auch und hier ist nix drin, ach verdammt, 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 verdammt das ist jetzt das ist jetzt, das ist jetzt natürlich richtig ärgerlich ich weiß nicht, ob ich mit den Standard-Women so viel reisen kann so hier speichern wir nochmal kurz hier die Geschütze ist halt echt das ist jetzt richtig nervig die Geschütze machen es halt in dem Fall nicht leichter, ne ich könnte versuchen ach komm, ich versuch's ich such mir das ist so hart ich such mir halt immer genau die Tür aus, die versperrt ist go ok, den hab ich erwischt da war allerdings noch einer ich weiß jetzt aber nicht wo die sind genau ach, falsche Tür gespeichert ach, 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 ach ach, ach, ach komm schon äh 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 ja, Freundchen damit hab ich jetzt allerdings nicht gerechnet, dass ich das so noch packe so rechts steht einer du bist der letzte hier drin Freundchen wir haben's geschafft unglaublich und ist sogar noch vor Ende des Parts äh wir müssen uns aufteilen sie bleiben und bewachen das Tor das Flugzeug wird zurückkommen und Probleme machen ich schätze der Pilot holt Hilfe die Sache wird ziemlich brenzlig und zwar sehr bald der Abschusscomputer des Transporters meldet Volltreffer er wird nicht mehr nach oben bleiben und kann den Bericht nicht senden weil sie die Weiteraktionsstation ausgeschaltet haben sie haben noch nicht die Chance umkehren und die Station zurückerobern da unten regelt ihr das selbst aber ich brauche sie hier sie müssen das umführen es ist unsicher sonst kommen die rein und dann sind wir erledigt okay ich kümmere mich darum aber bleiben sie nicht zu lange wir haben ein funktionierendes Exoskelett für sie gefunden nicht komplett erwappnet aber es dürfte reichen es muss reichen so cool Exoskelett ich muss da immer so erstmal speichern bevor ich jetzt den Schnitt mache Exoskelett nochmal kurz darauf zurück zu kommen ich muss da immer an Metal Gear Solid 1 denken so jetzt könnt ihr mir in die Kommentare unten reinschreiben ob einer von euch das gleiche gedacht hat wie ich ich danke euch fürs zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal Tschüss